Sie sind bestimmt alle infiziert. Das Vieh schreit total. Ich höre gar nichts, leider. Oh, es ist ein hässiges Vieh. Es wollte mich anlecken. Ja, es wollte mich anlecken. Er wird größer, wenn er sich mit... ...wird ich? ...wird größer, wenn er frischen Gewebe versorgt. Okay. Oh, Löwenherz gekriegt. Alter, der Revolver ist so geil. I love it. So. Hier sind wir fertig. Oh, nee, das... Doch, hier geht's noch wieder weiter. Da machst du mal alles kaputt. Die Scheibe kann ja nix für. Na gut. Viereck. Viereck. Los, kurbel! Kurbel so schnell ich kann. Na denn, FFRN. Wir sollten die Tür schließen. Oh, sie ist zu. Dingelingelingelingelingelingeling. Was ist hier? Was ist hier? Hallo, Überraschung! Ein rotes Kraut. Hier, das ist was für dich. Ne Kalaschnikow. Hier, das ist was für dich. Ne Kalaschnikow. Ne. Ah, lass mich los. Ah, ich will da hin. Wo ist der Kalaschnikow? In diesem großen Koffer. In diesem großen Koffer. Da ist ein Abbegäufer. In diesem großer, blinkender Koffer. Und wer sieht das... Wow. Das ist also der Überraschung. Oh, wie cool. Die Monitore, das scheint aber nicht zu funktionieren. Ah, Mensch. Da kommst du auch drauf. Ah, Mensch. Da kommst du auch drauf. Yay, dann bräuch ich mein Maschinengewehr ja wenigstens nicht mehr. Haben sie sich gerade noch beschwert, dass es zu wenig Schaden gibt? Hier ist ein Neues. Yay. Wurde auch langsamer Zeit. Pistolenmunition, yay. Danke Gott, es gibt noch mehr von ihnen. Ding, 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 ding. Patsch. Gewehrmunition. Ja, kann doch deins bleiben. Ich will es gar nicht haben. Ich will die Tür anflassen. Ich will die Tür anflassen. Mann, sieh auf. Achso, ich muss auch mitmachen. Okay, ich fasse es an. Geh mal Bier holen, Bier holen. Nee, Bier trinken heißt das ja, glaube ich. Wir reagieren auf Geräusche. Oh, da sind schon wieder so hessige Fieker. Also Scheiben in Ruhe lassen, ja. Ey, ich glaube aber, wir würden mega viele gute Items kriegen, wenn wir die töten, oder nicht? Findest du das wirklich? Ich weiß es nicht, wir könnten es doch versuchen, oder nicht? Das sind eine ganz schöne Menge. Ich würde es nicht machen. Das sind eine ganz schöne Menge. Ich würde es nicht machen. Meinst du nicht? Egal, was haben wir zu verlieren. Egal, was haben wir zu verlieren. Oh. Okay, das hat weh getan. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme nicht durch. Schnimmel dich schnapp. Okay, das sind doch verdammt viele. Oh, das hat mich aufgespießt. Ich bin gleich tot. Ich sterbe. Ich habe dich geilt. Hä? Es ist an der Decke. Das hat mich von den Beinen gefehlt. Das hat mich von den Beinen gefehlt. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Kannst du mal sterben, bitte? Ja, das fäscht mich an. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Ja, sie fasst mich alle an. Du bist tot. Ich hatte gerade zu tun mit einem Vieh. Warum sind die alle rausgesprungen auf einmal? Schaffbar ist es. Moment, ich muss mal eben kurz verwalten. Verbessern. Kapazität erhöhen. Da rächt die Kuhle gerade nicht für. Das Ding hat aber auf jeden Fall mehr Feuerkraft. Als die MP5. Ich verkaufe jetzt auch die MP5. Aber die hat jetzt... Ich bin ja ein G-Fallgeger, deswegen behalte ich sie. Verbessern. Oder 20. Die MP5. Wen? Die MP5. Ich habe ja auch eine. Ach so. Ich habe hier noch eine Pistole mit Schrotflinte. Eine kleine Maschinenpistole, die VZ61 und die MP5. Ach und die drei sind noch. Und die Granatwerfer. Und den Elektroshocker. Yeah. Der hat alles, der Kerl. Und Rambo. Rambo. Komm, boah. So. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich noch nicht ganz. Ja, ich bin ja nicht so auf Achievements raus. Raus. Ja, verkaufen. So, die ist jetzt schon mal stärker. Das ist schon mal gut. So. 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 Jupp. Nein. So. Jo, aber sofort. Moment. Bewegen. Dahin. Kann ich das kombinieren? Oh Gott, ich habe viel Munition jetzt. Ähm. Bewegen nach unten. Nein. Nein. Pack das mal nach oben. So. Okay. Ich denke, ich bin jetzt soweit. Okay. Fertig. Versuchen wir es nochmal? Wir können es nochmal versuchen, die Fächer zu kehren. Okay. Wenn wir erstmal das eine Vieh platt machen, ähm, auf der rechten Seite, das ist ja alleine, kommen die anderen dann trotzdem durch die Scheibe gesprungen? Weiß das nicht. Warum hast du jetzt den Knopf gedrückt, den ich drücken wollte? Weil du Come on gesagt hast. Weil du Come on gesagt hast. Achso. Warte. Es ist hochgeklettert. Es ist mehr als eins. Es ist getroffen. Du hast getroffen? Wo ist es denn? Ach, super. Oh, das sind aber wenig. Ah, ah, verdammt. Das ist nicht los, du Drecksvieh. Verdammt nochmal. Es hat mich schon wieder... Ah. Es hat mich schon wieder... Und nochmal. Getötet. Und nochmal. Jo. Es ist... Es wird zusammenstehen. Es ist heftig. Ach, vor allem, wie schnell es dich dann auch umbringt. Das ist ganz schön... Krass. Das ist ja eigentlich eine überlegene Biowaffe. Das ist ja eigentlich eine überlegene Biowaffe. Jo. Gut, ich glaube, wir beide sollten hinten zur Wand gehen und dann erst die Scheibe kaputt machen. Weil ich glaube, von da aus sind wir besser geschützt. Okay. Ah, fuck. Nein, das wollte ich dir doch gar nicht geben. Nein, das wollte ich dir doch gar nicht geben. Ich kann allgemein nichts sehen. Ah, Drecksvieh. Lade nach, lade nach. Fuck. Ich wurde erwischt. Haben wir es geschafft? Noch eins, zwei. Die Tür ist zugegangen. Tschüss. Okay, ich bin ganz schön verwundet. Nein, ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich habe was zum Heilen. Warte mal. Zumindest ein bisschen. Oh, ein bisschen ist gut. Alter, da ist doch noch eins mehr. Hilfe. Oh, danke. Das war knapp. Nein. Oh, was machst du? Ah, ausrüsten. Meine Handgranaten. Oh, jetzt ist das hier schon wieder... Ja, kriegst du, kriegst du gleich. Okay. Ich will nur noch die Wand hochklettern können. Hast du schon alles eingesammelt? Ja, ich will noch die Wand hochklettern können. Ja. Hier liegt Pistolen, Munition. Hier liegt Pistolen, Munition. Voll behindert. Ich habe meine ganze Munition jetzt weggeknallt. So, jetzt kriegst du deine Handgranaten hinten wieder. Du bist ja auch so einer, ne? Warte mal. Geben. Bitteschön. So. Ich schaue das nicht. Ich schaue besser. Bats. Zusammen. Bist du in Munition? Yay. Äh, kommen jetzt nur noch diese fetten Viecher. Jetzt gleich nochmal. Jetzt gleich nochmal. Okay. Not so good. Dann sind es aber auch zu viel, um sie platt zu machen. Dann sind es aber auch zu viel, um sie platt zu machen. Okay. Warum geht die Tönig auf? Ähm, ja, es wäre gut, wenn der Fahrstuhl schnell da kommt. Äh, ja, das wäre sogar sehr gut. Ja, warum? Fuck. 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 Ich wurde gelöchert. Hilfe. Oh, danke. Er hat mich in den Fahrstuhl geklatscht. Ah. Ah. Komm, komm, komm. Rein, 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 rein. Nach unten. Oh. Meine Güte. Die hat man bestimmt auch platt gekriegt, aber lass mal lieber. Die hat bestimmt auch platt gekriegt, aber lass mal lieber. Außerdem habe ich keine Munition mehr für meinen Colt. Das wäre Schwachsinn. Munition. Pistol-Munition. Yay. Maschinengewehr-Munition. Handgranate. Maschinengewehr-Munition. Kombinieren. Kombinieren. Das ist aber doof. Große Raum. Holla. Große Raum. Könnte sie mir aufmachen? Nein. Du warst schon fertig, oder? Du warst schon fertig, oder? Cool. Ja. Sind das alles diese Viecher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sollten hier alles in die Luft jagen. Wir sind es allemal. Wir sollten es allemal. Das sind Testsobjekte. Das sind Testsobjekte. Alte Testsobjekte. Tote Testobjekte. Tote Testobjekte. Ich glaube sie ist verwandelt. Fünf Heiß. Fünf Heiß. Ich habe vergessen zu drücken. Also ich hatte gedrückt. Ja, aber durch mich sind wir gestorben. Am wenigsten sieht man hier mal, was passieren würde, wenn man nicht ausweicht. Nicht so wie in anderen Horrorfilmen. Wir werden das auf jeden Fall überleben. Wir werden das auf jeden Fall überleben. Es gibt ja so eigentlich... Oh nein! ...ein wirklich schlechten Ende. So Resident Evil zum Beispiel. Oh, ich habe das überlebt und ich bin voll krass starke. Stimmt. Ich will die Katzen gerne überspringen, aber das geht nicht, ne? Steht da noch. Select. Ach, geht doch. Steht da noch. Select. Und mir steht gar nichts. L1 und R1. Jawoll. Ah, du bist trotzdem angefessen. Ach, du bist so hässlich, du blödes Vieh. Kann dir nicht leiden. Autsch. Ich glaube, sie kann dich auch nicht leiden. Das hat wehgetan. Ich glaube, sie kann dich auch nicht leiden. Das machen, oder? Ah, lass mich mal zu, ihr am Montag. Was ist los? Ja, mach mal. Hilf, ne Granate rein! Nein, die sollte da rein! Nein, die sollte da rein! Du wolltest dir spinnen geben. Warum hast du mir jetzt die Granate gegeben? Bitteschön. Äh, ich sorg mal für ein bisschen Heilung. Machen wir mal Heilung, klar. Wo, ne. Scheiße, die grönten doch hier das Kraut. Jetzt lauf nicht weg. Okay, los geht's. Gib sie ja. Schmeiß sie rein! Hä? Das war anscheinend auch nicht so ganz richtig. Hä? Du warst so langsam. Also irgendwie... ...habe ich das Gefühl, ich schieße die ganze Zeit auf den falschen Punkt. So, ne Marko. Dann ist immer auf. So, ne. Nein. Nein. Nein werfen. Piu, frisst das! Ja, frisst das doch mal. Okay, dann muss ich das wohl machen. Vielleicht hab ich nur die Falle... Da ist das Gehirn. Da ist das Gehirn. Schieße aufs Gehirn. Kann das Gehirn sehen. Es köchert vor. Äh, heraus. Es köchert vor. Äh, heraus. Es ist... So, sie liegt wieder. Okay. Okay. Wer ist mit einer Granate? Ich hab keine Granaten. Ich hab keine, die passen. Ich hab keine, die passen. Wie sollen wir das dann klatt kriegen das Vieh? Ich bin tot. Doch nicht. Oh nein. Das hat kleine Dinger gemacht. Wir können uns auch vertragen. Wir können ja auch drüber reden. Liebe Mutti. So Mutti. Jetzt geht's an den Kragen. So, K.O. Oh komm, schieß drauf. Oh, jetzt musst du nachladen. Ich hab das Gefühl, das bringt irgendwie nix. Ich schieße einfach auf das Gehirn. Normalerweise müsste ich sie mit Granaten füttern, aber sie liegen anscheinend nicht so viel. Und ich hab kein Recht dazu, ihr welche zu geben. Ich hab kein Recht dazu, ihr welche zu geben. Sonst gib mir deine Granaten und ich versuch's nochmal. Ich muss erstmal nur stolzeln. Kannst du mal aufhören, immer wegzurenden, du blöde Königin. So. Hier, beim Mund. Ich bin gleich da. So. Versuch dein Glück. Ne, geht nicht. Also hat jetzt gerade nicht funktioniert. Ich versuch's gleich nochmal. Ach, wenn's den gleich gibt, dann gerne. Warum solltest es das nicht geben? Keine Ahnung, weil das viel angefressen ist und wir schon viel wie sie leben haben. Ja, ich komm ja schon, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Ne, geht nicht. Super. Schön. Schön. Und du? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hätten wir den Granatwerfer mitnehmen müssen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, du bist tot. Ich bin tot. Gut. Verwalten. Kriegt man hier dann noch Handelsüblich-Handkaner? So, 7500? Natürlich nicht. Ja, ist jetzt die Frage, was tun? Einmal nochmal schauen. Einmal geht das ja mit den Handkanern. Einmal nochmal schauen. Einmal geht das ja mit den Handkanern. Ähm. Kaufen. Kann ich irgendwas Besonderes kaufen? Ich glaub nicht. Ne Mine bringt uns ja auch nicht viel. Das Vieh ist jetzt nicht so ganz auf dem Boden. Oh, Blendgranaten kann man kaufen. Ja, aber das sind die für den Granatwerfer. Ja, aber das sind die für den Granatwerfer. Ah, ja, okay. Darum konnte ich dir die beim letzten Mal auch nicht geben. Richtig, weil ich keinen Platz hatte. Ja gut. Fertig. Richtig, weil ich keinen Platz hatte. Ready. Ready. Na, da ist es wieder. Na, da ist es wieder. Es ist so schön. Ja. So, eine Handgranate aufgenommen. Kraut. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Was denn? Hä? So, bam. Es ist so ein... Okay. Vielleicht müssen wir das andere Mal noch wegfragen. Vielleicht müssen wir das andere Mal noch wegfragen. Nein, werfen. Warum steht das bei dir? Ja, 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 ja. Vielleicht müssen wir jetzt nur aufs Gehirn schießen. Vielleicht ist das jetzt der Sinn, oder nicht? Autsch. Das ist so ein Pisting, ey. Versuch mal da mal da einzuschmeißen. Geht nicht. Das steht da außerdem automatisch. Wenn du genau davor stehst, dann steht da einfach nur hineinwerfen. Da brauchst du dann... Musst du nicht mal ausgerüstet haben. Ähm, ich glaube, wir beide können Heilung gebrauchen. Doch, wir beide sind vielleicht sehr tot. Autsch. Wo bist du denn? Irgendwo da, wo ich hoffe, dass das für mich nicht erwischt. Was war das denn gerade? Er ist halt auf dem Boden gestammt. Er ist halt auf dem Boden gestammt. Ah, es kriegen wieder Babys. Schrotgewehrmunition ist hinter dir. Wir müssen da irgendwo Handgranaten rumliegen. Ohne Scheiß. Äh, äh, äh. Trout. Sehr gut. Ich glaube, die Mutti hat gerade irgendein Problem. Weg. Oh, lauf doch weg, Chris. Ich bin gerade echt überfordert. Versuche nochmal die Bane wegzuholen. Das klappt immer so gut. Ja, dankeschön. Wo sind die... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, schnapp nicht nach mir. Ach, Schloch. Scheißvieh. Ich habe es am Schwammel erwischt. Ich habe seinen Kopf an. Ich habe ihn überrascht. Jo, ich bin... Ich habe ja keine mehr. Ich habe die schon verbraucht. Oh. Hey, geschafft, oder? Nein, ich fassel auf. Nein, ich fassel auf. Es ist abgestürzt. Es ist tot. Wir haben es geschafft. Die eine Granate ist wahrscheinlich einfach dafür da gewesen, dass man den Kopf öffnen kann, dass man das Gehirn sieht. Das kannst du haben. Uh, es ist da gerade heruntergefallen. Wir sollten hinterher fahren. Es ist da gerade heruntergefallen. Wir sollten hinterher fahren. Ja, echt. Na, was kommt jetzt für eine Überraschung? Es ist Jill. Jill ist in einen Zombie verwandelt worden. Oh nein. Es ist Steve aus der Buchhaltung. Es ist Steve aus der Buchhaltung. Genau, vor allem Steve aus der... Nee, Steve aus... Nein, wie heißt das noch? Ah, Draw Together. Ja, wie heißt der nochmal? Steve aus... Egal. Nichts. Dammit. Where is she? Mr. Redfield. How nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Stella Giona. She works with Tristel. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Farmer's Vertical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill. Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here we're throwing our lives away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. It's time we get some answers. Yay! Time for answers. Time for answers. Time for answers. Super. Perfect. Akte U8 im Archiv ansehen. Akte U8 im Archiv ansehen. Toll von Superton. Toll von Superton. Pff. Äh. Katze? Unsere Löwenherzen können wir verkaufen. Yay. Unsere Löwenherzen können wir verkaufen. Yo. Ich hab vorhin schon alles verkauft. Toll. Jetzt wo du's sagst, ich hab das eigentlich auch schon alles verkauft. Jetzt wo du's sagst, ich hab das eigentlich auch schon alles verkauft. Verdammt. Ich bin wohl abwahr eines bösen Streiches geworden. Ich bin wohl abwahr eines bösen Streiches geworden. Ich glaube auch. Pff. So. So. Hm. Na wie, jetzt möchtest du noch weiter machen? Na wie, jetzt möchtest du noch weiter machen? Ich guck mal, was ich hier noch kaufen kann. Ich könnte nochmal verbessern. Was kann ich da nochmal verbessern? Schaden der Pistole bei dem Erhöhen. Och, jetzt kostet das 5000. Kein Problem. Passt schon. Ich überleg gerade, ob wir noch weitermachen. Würf ne Munze? Würf ne Munze? Ja, ne. Ähm. Ne, dann machen wir Feierabend wieder für heute. Klingt gut. Dann haben wir zweieinhalb Stunden jetzt voll. Klingt gut. Ich bin auch sowieso ein bisschen verkatert und im Arsch. Deswegen passt das ganz gut. So Leute, ich hoffe euch hat dieser kleine Aufnahmemarathon gefallen und die Parts und schaltet natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Together. Let's Play Together, wollte ich gerade sagen. Resident Evil 5. Hausseinschaus, dann püsst du nächstes Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai und... Superbrotten 1992. Schön mit Öl. Ja, das ist gut.